jo leule wie ihr seht facecam ja wie bei unserem neuen let's play thank you habe ich euch ja gesagt ihr werdet mich mal sehen in der facecam ja ich sehe nicht besonders geil aus ja das wird ein ganz kurzes video weil ich muss los also ich wollte es nur mal klären mit der facecam also wenn ihr wollt können können kann ich euch auch nur sechs zeigen und die anderen spieler halt dann öffnen wir mal für dieses video mal eine free chase ja das wird nicht safe call snappy paddy gucken wir jetzt mal einen kampf an luki 996 das war ein normaler kampf das war nur ein kampf nur aus epischen das war sehr cool das war richtig geil aber ich habe ihn halt noch gekriegt obwohl ich das kopf draufwerfen soll weil er jetzt mit das kind ich hätte baby ich hätte baby drinnen früher setzen sollen ja ich hab's im turm nicht da machen wir schnell ausbildungslager mit dem epig deck so schnell ausbildungslager die rasieren links rechts kombo wirklich links rechts kombo das sind 10 ok wie schon gesagt dass für ein kurzes video kommt ein inferno turm digga ich habe nur wut drauf spammen man ey warum gehen die da drauf so erst mal stress geben er macht das wirklich okay ich muss hier treffen wo die bombe machen 100 schaden okay sein dann ist weg links rechts und dann kommt man auch rein ich muss baby drinnen dürfen ich mache jetzt ballon prinz ok 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 er darf natürlich nicht mann du sollst du nicht da drauf gehen oh my fucking bitch jetzt geht es geht auf diesen turm ok ich hab ich bin gerade nicht am abwarten weil ich kraft da an und dahinten also ich glaube das ist ein hax man die sollte ok die splitten sich zum glück dann machen wir noch mal gut das fucks uns ab noch mal schneller hier ok wir haben seinen turm das war's mal für heute drei minuten video mit der facecam aber die nühe es kommt jetzt mehr mit der facecam also leute ich muss gucken wie viel die gemmeln extra extra für euch die kohentruhe drei retter schade ok wir können ja alle drei minuten video oder 4 minuten video bis dahin ciao ciao